Heilboden bitte und einschreiben. Wann ist er da? Er hat's aber in sich. Wieso? Nur für den Brief ist er ganz schön gewichtig. Ist ja auch eine schwere Entscheidung drin. Wann ist er da? Nach Augsburg. Der geht gleich rüber zum Abgang. Könnten Sie mir nicht bitte sagen, wann er da ist? 5,40 Mark. Wenn Sie Glück haben, wird er heute noch zugestellt. Hier kein Geld.